Sie können, falls nötig, Ihr TÜDOM 4000 per Software resetten. Dazu begeben Sie sich im Hauptmenü im Bereich Einstellungen und wählen Sie Fortgeschritten. Nun gehen Sie auf Initialisierung und Initialisierung Werk. Dann bestätigen Sie, dass Sie diese Aktion durchführen möchten. Ihr TÜDOM 4000 resetet von alleine. Untertitelung des ZDF, 2020